Oh no Oh no Was geht Youtube? Ich bin zu der Latte heute am Start mit meinen Geschwistern Ja man, wir haben einen Stein und so Bevor ich zu fragen was das ist Das ist ein Teller Und da drinnen ist Wasser Und ich stehe sie fragen Ein WDR Frank ist Werden wir es falsch haben oder was? Darf ich bitte den? Ich stehe jetzt Fragen die ich aus dem Internet habe Wer würde eher fragen und keine Sorge Ich habe die Fragen nicht gelesen Also wird es fair und Wollen wir beginnen? Schau, das habe ich lange nicht mehr gemacht Komm, machen wir uns zu dritt Eins, zwei, drei Ja man Ähm, ja ich sollte früher damit beginnen Aber egal, egal Erste Frage Wer würde eher eine Glatze Wer würde eher eine Glatze Der Typ weiß es schon Brrr Oh no 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 Ich dachte ich habe partout Musik Ich habe tej mal gedacht, wie das eigentlich ging Egal Okay, okay Zweite Frage Wer würde später mal berühmt werden? Oh, no, 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 no. Bei mir war es... Ja, Glück hast du. Mein Bruder, es tut mir leid. Du musst doch alles pupsen. Ja, da pups ich halt alles. Für meine Zuschauer alles. Geht's dir gut? Ja. Okay. Wer würde ohne Unterwäsche rausgehen? Oh, hell no. Ja. Mann, tut mir schon leid. So leid, Mann. Das sind so unfair. Und ich dachte, dir wird die ganze Gedanken. Okay. Wer würde eher auf ein Konzert vom Tokio Hotel gehen? Skipp dich. Wer würde eher bei Mitten im Leben mitspinnen? Kenn ich nie. Wer würde eher sich die Haare grün färben? Oh, no, 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 no. Oh, 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 oh. Wenn du ein Juni bist. Hätte meine Haare überhaupt nicht gemacht. Okay, Spaß. Wer würde eher eine Woche im Regeln zählen? Oh, hell no. Das stinkt aber! Denkst du Glory? Okay. Der wird eher beim Hofer klauen. Bro, look at this dude. Er wusste selber schon, er wusste selber schon. Hab doch nie geklaut. Ja, aber das stimmt nicht. Klaue ich doch nicht geklaut. Was? Wer würde eher im Bicke Sandalen anziehen? Und sie hat eine Brille an. Bro, mir macht es Spaß, ich hab Glück. Obwohl im ihr Video wird... Ich mach das gleiche. Das wird natürlich nicht schlecht. Wer würde eher mit Haien tauchen? What the... Chill, 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 chill. Was machst du das? Chill. Wer würde eher ein Nutella Brot mit Käse überbacken? Käse. Was? Oh hell. Was? Das ist 100%ig geworden. Fieks, Glory. Was ist das? How dare you? Okay. Das ist ein Video. Ich muss nicht machen Käse. Wer würde eher eine Woche auf Klopapier verzichten können? Oh, ich weiß es. Ich kann... Was? Das stimmt nicht. Wisst ihr warum? Ich bin ein Winfler. Irgendwann, wenn ich in der Früh aufs Klo muss und ich denk... Oh mein Gott. Ja, aber jetzt kann ich ihn wohl kacken. Ist er immer als erstes drin. Ich denk mir so... Geh raus. Er? Ja, er. Du kannst ihn selber fragen. Okay. Wer würde eher sich einen Monat nicht die Haare waschen? Oh hell. Er wusste schon. Er wusste schon. Er könnte... Kollitz! Nächstes Mal, wenn du weißt, wie du es bist, mach einfach Sinn. Okay. Nein, ich weiß nicht. Wer würde eher Pommes... Ich sag Pommes. Pommes mit Sahne essen. Oh nein! Oh hell nein! Fieks, Glory. Was? Fieks, Leila. Die ist so komisch. Ich bin nicht so kändisch. Doch. Wer würde eher in den Knast kommen? Wer würde eher völlig ohne Make-up auskommen? Wer würde eher völlig ohne Make-up auskommen? Er wusste Bescheid. Er wusste Bescheid. Er wusste Bescheid. Okay. Oh, das ist schon letzte Frage. Vielleicht überleg ich mir noch ein paar. Wer würde eher völlig ohne Make-up auskommen? Oh hell no! Oh hell no! Okay. Das... Du trägst überhaupt kein... Was lügst du? Hält dich. Was machst du mal? Du... 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 Okay. Wer würde eher ein kleines Kind schlagen? It is what it is. Mach einfach. It is what it is. Shit, shit. Okay, okay. Oh... Das war mir schwer. Was ist heute leer? Was ist heute leer? Alles geht raus. Halt. Nein, nein. Glory, nein! Bro! Hey, was machst du? Halt! Okay. Wer würde eher eine Woche still sein? Wer würde eher still sein? Ich. Warte, ich rede immer... Yeah! Boah! Schau, wenn sie... Wenn sie mit uns sind, ist sie so nervig. Aber wenn so ein Besuch kommt oder so... Sie still werden. Do you know the way? Ja, wenn still ist... Do you know the way? Okay. Do you know the way? Do you know the way? Do you know the way? Wer würde als erstes heiraten? Do you know the way? Oh no. Do you know the way? Ah! Bro! Das ist... Was schfugst du mal an? Du eckliches Kind! Aber sie ist noch älter als ihm, weil so... Das war eh klar. Das war eh klar. Dein Ernst. Okay, letzte Frage. Letzte Frage. Letzte Frage. Letzte Frage. Bro! Do you know the way? Schlaf! 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 Okay, ich überleg, ich überleg. Ich weiß noch nicht. Heiß, ich bleib selbst. Schlaf! Do you know the way? Do you know the way? Do you know the way? Wer ist denn netter? Do you know the way? Wer ist denn netter? Das ist so schwer. Ja, ich weiß nicht was machen. Warte, ich weiß schon. Was? Oh, 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 oh. Ich meine Ernst, oh, 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 oh. Die sind beide Stimmen mit deinempler angemacht. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonnet den Club, abonnet den Video. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao!